hau 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 hier ist der twain alpi nicht der weihnachtsmann frage an euch habt ihr schon geschenke bekommen was habt ihr euch gewünscht und wann bekommt ihr geschenke also wann ist bei euch bescherung gegen mittag gegen abend gegen frühs morgens schreibt doch einfach die kommentare jetzt zu meinem ganz kurzen kanal info und zwar gibt es über weihnachtsfall tage nicht gda und minecraft fit the beast fit the beast und gda kommen heute die letzten folgen raus also heute am 24 12 und was sonst noch also über die weihnachtsfeiertage gibt es doch was und zwar dass die special und zwar dass die hangar games sind vier folgen also sprich am 25 26 am 27 28 kommen halt die folge raus wie immer um 8 20 uhr mit dem bett natürlich wieder mit meinem lieblingskollegen und was noch ja das war es dann auch fröhliche weihnachten